Als Parallaxe, von Altgriechisch Parallaxis, Veränderung hin und her bewegen, bezeichnet man die scheinbare Änderung der Position eines Objektes, wenn der Beobachter des Objektes seine eigene Position durch eine Bewegung verändert. Ich wende meinen Kopf hin und her und plötzlich scheint es so, als wenn das Objekt, was ich sehe, seine Position ändert. Aber es ändert sich eigentlich gar nicht wirklich. Aber ich ändere ständig meine Position und alles um mich herum verändert ständig seine Position. Pantarei könnte man sagen, mit Heraklit gesprochen. Alles fließt. Alles ist im Fluss. Ich kann gar nicht anders als beim Kopf hin und her bewegen, ständig meine Position zu verändern und ständig das Objekt, was ich sehe, anders zu bewerten. Ich bin also gezwungen, aufgrund meiner Wahrnehmung ständig mich zu korrigieren. Oder, um es mit Gadamer zu formulieren, meine Vorurteile über das Objekt ständig zu korrigieren. Der Ansatz Gadamers ist insofern in diesem Zusammenhang interessant, da er wie ein Lacor ausgeht von einem Text. Gadamer beschreibt, wie ich einen Text lese und sage, ja, ich lese den ersten Satz, ein Mann hat eine Katze oder so etwas und dann sehe ich einen Mann mit einer Katze und habe Vorurteile, die sich aus dem, was ich über Männer mit Katzen denke, strukturieren. Und dann geht es weiter. Der Mann mit der Katze geht in ein Haus und er hat das und dies und er hat eine Frau und Kinder und dies. Und ständig verändert sich meine Vorurteilsstruktur und mein Horizont verändert sich durch dieses dauernde Verschieben, durch diese permanente Parallaxe, durch diese ständige Veränderung und Hin- und Herbewegung. Und insofern kann man sagen, dass dieses Differieren, dieses Differenzieren, dieses ständige Sich-Verändern Teil einer urmenschlichen Erfahrung ist und immer auftritt. Differenz, ja, nennt das der Franzose oder natürlich auch mithin Lacan. Und es ist wieder ein technischer Begriff der Philosophie Lacans und dieser Begriff Differenz beschreibt eben genau das, was ich mit diesem Begriff Parallaxe versucht habe zu erklären. Und dadurch, dass ich das Objekt immer als etwas Irritierendes wahrnehme, dass ständig seine Position ändert und das ich nie wahrnehmen kann, entsteht eigentlich auch höheres Denken. Aus der permanenten Erfahrung von Inkohärenz und von Differenz entsteht erst eine Art von Entwicklung und von Vorankommen. Deswegen ist es eigentlich absurd zu sagen, wir möchten alle Differenzen auflösen und alles zu einer Harmonie bringen. Denn die Harmonie ist der Tod, die Bewegung ist das Leben und die Bewegung ist die permanente Disharmonisierung, die permanente Differenz. Ich würde nicht so weit gehen, wie jetzt ein Jacques Darida und sagen, es gibt überhaupt keine Übereinstimmung zwischen mir selbst als dem Subjekt und dem Objekt. Es gibt irgendeine Mitschwingung, würde ich immer sagen, trotz der Differenz, die nie erreicht wird. Diese Differenz, würde ich sagen, ist auch gleichzeitig das Gespaltensein in uns selbst. Und diese Idee deutet sich auch bei Lacan an. Nur Lacan muss man ein bisschen entschlüsseln. Das ist sehr schwierig zu verstehen. Aber ich würde sagen, diese Gespaltenheit in uns selbst, die aufbricht, wenn bestimmte Ereignisse eintreten, ist die Ursache für unser Begehren und ist eigentlich der Schlüssel, mit dem wir auch eine Art höheres Bewusstsein erreichen können. Die Anerkennung dieser Differenz und in dieser Differenz liegt auch das Ich. Weil ich dann in dieser brüchigen Welt zwischen Subjekt und Objekt auch feststellen kann, dass es mehr gibt als Subjekt und Objekt. Diese Paradoxie lässt sich deutlich machen durch die Begriffe Über-Ich und Es bei Freud, die ich bereits erläutert hatte. Ja, das sind freudianische Kategorien, die Freud denkt sich das als elementare Triebkräfte im Menschen. Wenn man so will, ist das Über-Ich, ganz grob vereinfacht gesagt, der große Andere. Das, was ich immer in den ganzen Videos beschrieben habe. Das Über-Ich ist eine Struktur, eine Ordnungsstruktur, die mir vorgibt, wie ich sein soll. Das Es, das ist das reine Subjekthafte. Ich will dies, ich will das. Aber in der Differenz zwischen den beiden entsteht das Ich, ein Zustand, wo ich überhaupt erst frei bin und eigene Entscheidungen treffen kann. Wenn ich nur Subjekt bin, bleibe ich ewiger Säugling und schlinge alles in mich hinein. Wenn ich mich nur mit dem Über-Ich identifiziere, dann werde ich nie meine eigenen Interessen vertreten. Und zwischen diesem schlingenden Selbst in mir selbst und dem ebenso verschlingenden und zerstörerischen anderen Objekt selbst im Außen, dem Über-Ich, bin ich in Differenz, bin ich in mir selbst gespalten. Und wenn ich diese Spaltung annehme, statt mich zu identifizieren mit einer dieser schrecklichen Kategorien der totalen Zwangsneurose und der totalen Hysterie, wenn ich mich dazwischen ansiedle, kann ich eine Art von Standpunkt entwickeln, die mich fest werden lässt. Raphael Bonelli sagte einmal, ich will morgens die Schokolade und abends den Waschbrettbauch. Das Ich ist also zwischen Schokolade, Es und Waschbrettbauch über Ich. Ich muss, ich soll so sein, damit ich begehrt werde, irgendwie gefangen und versucht sich zu orientieren. Und dieses Gefühl dabei, das ist die Differenz, so wie ich sie beschreiben werde. Und so möchte ich diesen Begriff auch verstanden wissen. Er leitet sich, wie gesagt, ab von Jacques Lacan. Außerdem differenziert hier, anders als Freud, Lacan und sagt eben, das Unbewusste ist strukturiert wie eine Sprache. Er sagt halt eben nicht, das sind reine Triebkräfte irgendwie, so denkt das Freud, sondern er sagt, es sind geschaffene Kategorien, hinter denen vielleicht irgendwelche Triebkräfte stehen. Aber eigentlich ist es so, dass die Triebkräfte eher heraufbeschworen werden, durch die Sprache. Das heißt also, dass diese Kategorien, in denen ich denke, der große Andere und dieses extreme Subjekt sein, wenn man so will, dass das eigentlich etwas Künstliches ist. Ja, dass das etwas Geschaffenes ist, dass das etwas Konstruiertes ist. Das würde Freud nicht sagen. Und Freud und Lacan weichen hier auch sehr stark voneinander ab. Und dieses X, wenn man so will, diese Differenz in uns selbst, ist ungreifbar. Und es gibt auch eine Parallele zwischen dieser Differenz in uns selbst und natürlich der Differenz im Außen. Weil Außen und Innen ja eigentlich gleich sind. Also sie sind ja miteinander verbunden. Das ist ja der, im Grunde genommen, psychologische, die psychologische, psychoanalytische Kernerkenntnis. Außen und Innen sind eins. Die Differenz zum Objekt im Außen, die sich in der Parallaxe, in den unterschiedlichen Bewegungen meiner Augen wiederfindet, ist die Differenz in mir selbst. Und ich kann dem nicht entkommen. Und ein Jeff Bezos versucht, genau diese Differenz irgendwie zu kontrollieren und versucht, Kontrolle über das Chaos zu gewinnen, Kontrolle über das Es zu gewinnen, indem er eine extreme Über-Ich-Struktur aufbaut, aus Symbolsystemen, in denen angeblich jeder sich zu Hause fühlen soll. Das Unergründliche des Objektes, das ich nicht erfassen kann, weil ich ständig meinen Kopf bewegen muss, fällt zusammen mit dem Unergründlichen in mir selbst. Und das Chaos in meinem eigenen Leben löse ich dann, indem ich versuche, das Chaos in der Welt zu lösen. Jeff Bezos, dessen Ehe zusammenbricht, dessen Leben nicht mehr funktioniert, will uns jetzt erklären über die Amazon-Guidelines, wie man richtig Partnerschaften führt. Lächerlicher geht es kaum. Aber genau diese Lächerlichkeit ist genau das, was die Struktur des kleinen Anderen, also der kleine Andere wäre Jeff Bezos, als Repräsentant des größeren Anderen ausmacht. Jeff Bezos, Putin und all die Figuren dieser Art teilen dieses Element der Lächerlichkeit. Weil Würde entsteht in dem Moment, wo ich diese eigene Brüchigkeit akzeptieren kann und nicht mehr versuche, eben auf diese Art und Weise alles zu zwangsharmonisieren. Diese Verleugnung eigentlich, die da stattfindet, ist ein aussichtsloser Kampf gegen die Differenz. Der Horizont in uns selbst wird nicht als Chance wahrgenommen, sondern als angsteinflößende Bestie. Und das auch unter Umständen aus gutem Grund. Denn wenn ich die Bestie in mir selbst nicht bekämpfe, dann werde ich selbst zu ihr. Und halte mich dabei selbst natürlich für den Helden. Und jetzt wird klar, die Parallelen werden immer deutlicher. Manches wiederholt sich auch, muss sich auch wiederholen, aus Gründen, die ich schon sehr oft genannt habe. Und diese Figuren, Bezos, Mlyphys sind, wie habe ich im letzten Video angesprochen, es gibt auch weibliche Figuren, Putin und so weiter, die sind eigentlich Antichristen. Das ist das Gegenteil von dem, was Christus will. Es ist wie in diesem Bild von Ridley Scott mit dem Alien, das ich im allerersten Video so ausführlich besprochen habe, was ich gemacht habe. Dass Alien das ausbricht, das ist diese nicht vernünftig verarbeitete Differenz, wenn das pure Subjektsein, das pure Essen in uns ausbricht und alles verschlingt und auf eine perverse Art und Weise eigentlich nur die Befehle einer komischen Über-Ich-Struktur ausführt. Wie der Priester, der die Kinder blutig peitscht im Namen Gottes. Wie der russische Patriarch, der zum Krieg gegen die Ukraine aufruft, im Namen Jesu Christi. Das ist dieselbe perverse Über-Ich-S-Trieb-Struktur. Ich lebe meinen S-Trieb aus mit einer überbordenden Über-Ich-Struktur. Ich brauche den großen anderen, um diese im Grunde genommen kranke Form von Subjektsein zu leben, die eigentlich alles beherrschen will und die Entwicklung verweigert. Und wir haben auf der linken Seite Bezos und auf der rechten Seite Angelina Jolie. Ja, Lippe-Tia, ich hatte es schon angesprochen, für Putin, also die Ursache des Begehrens, ist für Putin die neue Kultur, das Judentum, Zelensky, Transgender, der Westen und die Toleranz, die da irgend so herrscht und so. Das alles ist die Ursache dafür, dass er von Restauration träumt. Jetzt kann man jetzt sagen, ist jetzt die Ukraine selber schuld? Nein, denn diese Ursache liegt ja in Putin selbst und in seinem Denken. Das hat aber auch was mit Russland begrenzt zu tun. Es sind zwar nicht alle Russen so, aber der Traum von der alten Restauration und von der alten Sowjetunion ist gerade etwas, was in alten, älteren Gesellschaften in Russland schon verbreitet ist. Und auch die Hörigkeit gegenüber dem Führer. Weil Putin ist ja nichts anderes als eine Art säkularer Zar, nicht? Und all das ist schon etwas, wo auch eine Spaltung in Russland stattfindet zwischen Jung und Alt. Und diese Spaltung im Land führt dann halt eben auch dazu, dass man den Konflikt im Außen suchen muss. So wie es schon Napoleon sagte, ich kann Frankreich nicht zusammenhalten, die revolutionären Kräfte sind zu groß, also muss ich einen Krieg führen, um das Land im Inneren zu restaurieren und zu verteidigen. Ich muss die große Illusion der Restauration Frankreichs aufrechterhalten, um jetzt hier in diesem Zustand zwischen demokratischer Revolution und alten Monarchentun irgendwie das Land zusammenzuhalten. Und das Ergebnis der Geschichte war der totale Zusammenbruch des Océans-Regimes. Das war vorher schon zusammengebrochen. Nach Napoleon gab es noch mal ein paar Könige. Vielleicht gibt es auch nach Putin noch mal einen Zaren oder noch einmal irgendjemanden. So wie es Putin ja auch nach Gorbatschow noch eine Ausnachlese war. Aber langfristig sind die Würfe schon gefallen. Diese Kämpfe in der Ukraine sind die ersten Anzeichen des Verfalls. Jetzt, paradoxerweise, so wie die Angriffskriege des Deutschen Reiches gegen Polen und gegen ihre europäischen Nachbarstaaten eigentlich schon der Beginn des Verfalls waren. Das müsste man alles ganz genau erklären, warum das so ist. Warum eigentlich diese expansiven totalitären Systeme, so wie ein Krebsgeschwür in der Natur, eigentlich den Organismus zerstören. Jetzt kann man sagen, ja, das Römische Reich hat auch hier Tausende bestanden und die haben auch immer weiter expandiert. Na, 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 na. Das Römische Reich hatte also, sagen wir mal, im zweiten Jahrhundert so gerade mal Griechenland erobert und so. Und das war auch relativ schnell vorbei und das war ein relativ loses Gebilde. Und da wüsste man viel zu sagen, wie das organisiert war. Aber auch hier gilt natürlich wieder, diese Machtstruktur des Kaisertums selbst, die Form, in der das aufgebaut wurde, hat das am Ende zum Fall gebracht. Die Differenz nicht zu lösen, den Konflikt nicht zu lösen, in dieser perversen Über-Ich-S-Struktur gefangen zu bleiben, wie der Patriarch von Russland, der nie das Christentum wirklich verstanden hat, der der totale Antichrist ist, das führt in eine Selbstzerstörung. Unweigerlich. Und das ist historisch leicht zu sehen. Jetzt kann man sagen, ja, was nützt das den Ukrainern jetzt, wenn sie das wissen? Ja, das ist der Fluch des Theoretikers. Nicht viel, leider, fürchte ich. Aber trotzdem ist das natürlich so zu sehen und, ja, muss man schon sagen. Aber was man vielleicht sagen kann, ist, dass die Ukraine auch in so einer Situation ist, der Differenz. Sie befindet sich zwischen dem Westen und dem Osten. Der Osten verspricht Terrorherrschaft, Restauration und zurück zu einer Welt, die man eigentlich überwinden will. Und das hat die Ukrainer mit der Wahl Selenskys eindrucksvoll entschieden. Weil Selensky repräsentiert auch eine neue Art zu sein. Eine Öffnung zum Westen. Wenn man so will, aber nicht zu allem im Westen. Und auf der anderen Seite steht der eigentliche Westen, so Macron und Angela Merkel und Scholz und so. Und dieser Westen verlangt natürlich von der Ukraine Reformen, Anpassung, EU-Auflagen, wirtschaftliche Integration und da müssen die alles Mögliche machen, verlieren ihre Freiheit, werden vielleicht noch transformiert und säkularisiert, dürfen ihren Glauben nicht mehr ausleben. All diese Ängste schweben im Raum, die sind auch berechtigt. Und hier haben wir es natürlich auch mit einer Situation zu tun, wo die Ukraine zwischen dem Anspruch Russlands und dem Anspruch des Westens steht und sich zwischen über ich und es quasi entscheiden will und muss und die eigentlich dabei zerrieben wird. Das ist eine ganz traurige und furchtbare Situation, auch psychologisch betrachtet. Weil selbst wenn die Ukraine sich jetzt dem Westen zuwendet, das Land ist doch da immer noch gespalten. Die einen wollen dem Westen zugehören, die anderen nicht. Und das ist genauso, wie es in Russland auch gespalten ist. Es muss man auch sagen, ist auch die Ukraine gespalten. Das rechtfertigt natürlich keinen Krieg, aber es ist schon so, dass in der Ukraine es auch so einen Jung-Alt-Konflikt gibt und dass es auch einen West-Ost-Konflikt gibt und eine Unklarheit über die Zukunft und all diese Sachen. Da ist natürlich jetzt die Gefahr groß, dass man in so eine Pseudolösung geht. Entweder die russische Sowjetherrschaft im Grunde genommen oder die westliche Dekadenz. Und die Ukraine hat eigentlich die Chance gehabt, etwas Eigenes zu entwickeln und diese Chance ist sie jetzt genommen worden. Das ist ein historisches Vergehen, also was da geschieht, dass man wirklich sich in dieser Art und Weise in die freie Entwicklung eines Landes einmischt. Und man sollte das nicht tun. Das ist wie in dem Film Matrix. Die Ukraine muss zwischen der blauen und der roten Pille entscheiden. Die Lösung wäre natürlich zu sagen, wir wollen eine ukrainische Pille. Wir wollen unsere eigene Pille haben. Wir wollen eure Pillen nicht. Wir wollen nicht befreit werden. Weder von Russland noch vom Westen. Wir brauchen niemanden, der uns befreit. Die ganzen Befreier in der Geschichte, die haben immer nur alles kaputt gemacht. Also wovon werden wir befreit? Von unserem materiellen Wohlstand. Was soll das? Also man sollte das nicht idealisieren. Weder die Ukraine sollte man idealisieren, die in sich brüchig ist, was okay ist, weil wir das alle sind. Noch sollte man Russland idealisieren oder verteufeln. Noch sollte man den Westen idealisieren und verteufeln. Man sollte diese ganzen einzelnen Akteure sehen mit ihren Interessen und verstehen, der Westen ist nicht die Ukraine. Die Ukraine ist nicht Russland. Und Russland ist nicht die Ukraine und so weiter. Und Russland ist ganz bestimmt auch nicht der Westen. Also, dass man das genau trennt und versucht zu beschreiben, was für unterschiedliche Interessen hier sind. Und was sagt die Wahl eines bestimmten Führers auch über das Volk aus? Was sagt es aus über Russland, dass die einen Putin als ihren König da gewählt haben? Ich finde viel. Das klingt jetzt hart, aber das muss man schon so sagen. Wie gesagt, in Russland, das ist auch noch ein Thema, was man für sich ansprechen müsste, wie die Situation in Russland ist und wie das alles ist. Das ist jetzt sehr politisch. Und das ist ja hier kein in erster Linie politischer Kanal. Aber man kann schon sehen, wie hier psychologische Faktoren und auch gesellschaftspolitische Faktoren zumindest Entsprechungen aufweisen. Wir haben auf der einen Seite Scylla, Macron, wenn man so will, also das sechsköpfige Ungeheuer der Antike, das einen der Mannschaft des Odysseus nach dem nächsten sich rauspickt. Und auf der anderen Seite Charybdis, das ist Putin, der verschlingt einfach alles. Also da bleibt nichts mehr übrig von der Ukraine. Auf der einen Seite haben wir ein Monstrum, das uns als EU ein paar Auflagen gibt und uns sagt, wie wir da unseren Schulunterricht irgendwie bezüglich Geschlechterpronomen und so weiter und Sexualität ausrichten sollen und wie wir unsere Gurken anpflanzen müssen als Ukrainer. Auf der anderen Seite haben wir einen Putin, der uns komplett auffressen will. Der sagt, ihr habt keine eigene Identität, es gibt nur die russische Identität und das ist alles. Und das ist genau das, was ich meine. Charybdis ist dieses S, was Freud meint, das totale Subjekt sein. Ich will alles fressend in meinen Mund reinstecken. Und Sküller ist dieses Über-Ich. Ich hau euch so viele Auflagen drauf, dass am Ende nur noch so ein kleiner Rest von euch übrig bleibt. Und genau in der Situation befindet sich ja Odysseus. Ich hatte ja die Geschichte erzählt mit Odysseus. Also in anderen Videos, der zwischen Sküller und Charybdis hindurchfahren muss, sich am Ende für Sküller entscheidet, also für den Westen, für Macron, dabei aber sehr, sehr, sehr viel verliert. Und zwischen diesen beiden, also auf der psychologischen Ebene, ist ja auch das, was ich stärke und auch Staatsstärke ist. Und Zelensky ist ja auch jemand, der gegen die Charybdis kämpft und versucht, die Sküller irgendwie auf seine Seite zu bringen. Mit all den Verlusten auf beiden Seiten. Und es ist ein Kompromiss, der gefunden wird, der überhaupt nicht wünschenswert ist. Das ist eine Tragödie, eine große Tragödie einfach. Also jetzt nicht nur wegen der Opfer, sondern auch aus einer politisch-philosophischen Sicht ist es eine Tragödie. Die christliche Lösung ist natürlich schon im Begriff Jeschua selbst angedeutet. Jeschua, Jesus, bedeutet nichts anderes als Erlösung oder Lösung. Und dieser Jesus Christus ist explizit kein Held. Also auch kein Anti-Held oder so. Er ist ein Nicht-Held. Er hat nichts zu tun mit irgendwelchen Waffen und Kämpfen und sonst was nicht allem. Sondern er ist außerhalb dieser Logik von Macht und Kampf und ich und du und wer ist Nation und wer bestimmt und welche Auflagen und wer ist hier der Große und Befreier und so. Jesus ist nicht der Befreier, er ist der Erlöser, indem er uns von den falschen Helden und den falschen Befreiungsversuchen innen und außen erlöst. Dieses Güler und Charybdis puffen weg. Ja, die verschwinden dann durch Jesus Christus. Durch die Art zu denken. Durch eine Neukonstitution in Denken. Jesus Christus ist, ich wiederhole explizit, kein Held, kein Anti-Held. Er ist ein Nicht-Held. Einer, der die Heldenlogik verweigert. Und auch die Vorstellung von Ehre, Helden, Mut, Nation und Ruhm und so weiter als Problem identifiziert. Und hier kann man auch ganz vorsichtig vielleicht versuchen, jetzt ist jetzt ein bisschen im Eifer des Gefechtes im wahrsten Sinne des Wortes schwierig, auch zu analysieren, in welcher Art und Weise auch in der Ukraine solche Begriffe wie Nation, Helden, Mut, Ehre und Ruhm auf eine nicht besonders christliche Art und Weise zumindest dort eine große Rolle spielen. Also auch im ukrainischen Denken ist vieles sehr zirkuliert um solche seltsamen Ehre- und Ehrvorstellungsbegriffe. Und da gibt es auch viele Parallelen zur russischen Gesellschaft. Aber ich will das jetzt nicht unbedingt nur schlecht machen. Jetzt kann man sagen, ja, aber dieser Heldenmut und diese Ehre, das ist auch das, was letzten Endes dazu führt, dass die sich da so mutig verteidigen und so. Da müsste man auch noch mal ein eigenes Video zu machen, weil das ist wieder eine andere Ebene. Das ist nicht die psychologische Ebene. Das ist jetzt die Ebene, dass man fragt, inwieweit kann dieser Krieg erfolgreich sein? Was sind die Folgen davon? Und was sind die Nachwirkungen? Und welche Spekulationen kann man darüber erstellen? Ganz nüchtern. Und dann kann man fragen, ob dieser Heldenmut und dieses heldenhafte Kämpfen sinnvoll ist, langfristig gesehen. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Und ideologiekritisch würde man jetzt halt eben sagen, das müsste man analysieren. Das ist nicht von Anfang an klar. Heldenmut und Ruhm und Kampf um die Ehre ist nicht einfach so per se gut. Und das ist ja auch der Grund, weshalb Adolf Hitler zum Beispiel gesagt hat, das Christentum hat unseren Geist und unseren Heldenmut verhindert. Wir könnten die ganze Welt erobern, sagt er, wenn wir die Religion der Mohammedaner, also den Islam hätten. Das Christentum war für jemanden wie Hitler laut dessen eigenen Aussagen ein Stolperstein auf dem Weg zur Herrschaft des deutschen Volkes über den Globus. Für Hitler war das große Problem, dass das Christentum in sich diese ideologiekritische Konfiguration hatte gegen Heldentum und gegen Ehre. Zu sagen, wir wollen mit Heldentum und Ehre nichts zu tun haben. Und ich werde in späteren Videos versuchen, wie es eine Art von Heldenlogik und Ehre vielleicht doch geben kann, die auch im christlichen Sinne und Verständnis möglich ist. Also ein christlicher gerechter Kampf, den man führen kann. Aber das ist möglich, das zu denken. Aber ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Mir geht es nur darum zu sagen, dass grundsätzlich die Haltung gegenüber Gewalt oder gegenüber dem Heldentum insbesondere eher kritisch ist. Also das ist das, die große Konfiguration ist, dass der Held am Kreuz stirbt, dass diese Logik des Helden zugrunde geht. Wenn du kämpfst, weil für deinen Ruhm und deine Ehre oder sonst oder deine Nation, das sind Albernheiten eigentlich. Für seine Familie zu kämpfen, das ist eine andere Sache. Aber gut, okay. Das sind nur Gedankenanregungen. Grundsätzlich, falls ich jetzt gefragt werde, halte ich diesen Verteidigungskrieg der Ukraine für legitim? Absolut. Würde ich ihn unterstützen und sagen, wir sollen Sanktionen und so weiter machen? Ja, natürlich. Und ich finde, Deutschland sollte noch radikaler die Sanktionen einführen und das sofort, diesen Handel mit Russland stoppen, mit allen Konsequenzen, die das für uns bedeutet. Wir sollten das tun. Das ist meine Meinung. Ich will das nicht wissen, in allen Details ausführen, warum ich das denke. Man kann das auch anders sehen. Aber falls mich jemand, falls das jemanden interessiert, ohne dass ich das jetzt in allen Details erläutere, das ist meine Haltung. Was den Krieg und den Eingriff in den Krieg angeht und die Art und Weise, wie dort agiert wird, da müsste man noch mal ein bisschen differenzieren. Auch müsste man die Frage stellen, warum beispielsweise schwarze ukrainische Flüchtlinge an den Grenzen zu Polen nicht reingelassen werden. Was da an Rassismus herrscht. Auch müsste man die Frage stellen, inwieweit es okay ist, dass der Herr Zelensky sein eigenes Volk und einige Männer dazu verpflichtet, in den Krieg zu ziehen. Oder wie mit Deserteuren umgegangen wird. Das sind alles fragwürdige Dinge. Aber diese Dinge sind immer fragwürdig und in jedem Krieg. Die müssten vielleicht sogar getrennt wahrgenommen werden. Deswegen, man kann eigentlich über diese Sache kaum sprechen, über den Ukraine-Konflikt, ohne jetzt über konkrete Dinge zu sprechen und ohne die Lage vor Ort mit einzubeziehen. Aber es ist durchaus möglich, hier allgemein über die Begriffe Heldentum und Ehre und so nachzudenken und sich zu fragen, ist das eigentlich das, wo wir wieder hinwollen? Hat nicht das die Welt schon so oft in die Finsternis gestürzt? Gerade dieses Rekurrieren auf Befreiung, auf Heldentum, auf Erlösung, auf die Geschichte, auf unsere Historie. Das ist ja genau das, was Putin macht. Im Namen der Geschichte, im Namen des russischen Volkes und dadurch, dass alle zusammengehören und der Sowjetunion und sonst irgendwas. Im Namen und im Rekurs auf das Heldentum und auf die Ehre hat er ja das, hat er die Ukraine angegriffen. Und wenn jetzt die Ukraine in demselben Heldenmut irgendwie so eine Ideologie aufbaut, dann kann ich darin keinen Gewinn für die Menschheit und für unsere Reife als Menschheit sehen. Das heißt, es kommt für mich immer darauf an, warum man kämpft. In diesem Fall geht es nicht um Ehre und es geht um, zumindest kann ich das bisher nicht erkennen. Es geht also, es geht schon um die Verteidigung eines Landes und einen ungerechtfertigten Angriffskrieg, der da stattgefunden hat. Und da muss man sich natürlich dann solidarisieren. Aber trotzdem gilt es, diese ganzen Dinge auch zu sehen. Das, was ich angesprochen habe, der Rassismus an der polnischen Grenze und so weiter. Das darf man nicht einfach übersehen, weil man sagt, jetzt muss man handeln. Nein. Man muss nicht einfach handeln. Die Russen sagen auch, wir müssen einfach handeln und dann haben sie die Ukraine überfallen. Wo führt das hin, wenn alle einfach handeln? Also dieser falsche Reflex der Identifikation mit der Position des Guten, das ist der ideologische Reflex, den es zu bekämpfen gilt. Der Milliardär, Putin, Maleficent, alle diese Monstrositäten von Menschen halten sich für die Guten, genauso wie auch die Vogue-Aktivisten oder all die anderen Wahnsinnigen, die heutzutage unsere Welt heimsuchen. Die schlimmsten Grausamkeiten der Geschichte sind im Namen des Guten verübt worden. Nicht unbedingt im Namen Gottes, aber im Namen des Guten. Das ist das, was die Bibel mit Pharisäertum meint. In diesem Sinne muss Putin in einem streng logisch-analytischen Sinne als Antichrist bezeichnet werden. Er unterliegt der Logik des Schwertes, des physischen Schwertes, Vergeltung, Angst machen, Druck machen, Herrschaft und so weiter. Und das ist das, was Jesus bekämpft, wo er halt eben sagt, jetzt der Petrus, der will ja im Garten Gethsemane den Jesus retten, damit er nicht ans Kreuz muss. Und die Soldaten, die römischen, wollen ihn ja holen, den Jesus. Und dann schlägt er einem der Soldaten ein Ohr ab und Jesus heilt das Ohr des Soldaten. Wir können natürlich nicht sein wie Jesus und wir solidarisieren uns im ersten Moment eher mit Petrus, aber dieses Beispiel kann etwas zeigen darüber, dass wir, wenn wir schon zum Schwert greifen, vielleicht erstmal ein bisschen innehalten und uns überlegen, was tun wir hier eigentlich? Und aus welchen Gründen kämpfen wir? Und dass wir nicht überheizt ins Gefecht gehen? Zumindest das ist etwas, was ich glaube, worauf wir uns also minimal eidigen können. Man muss nicht gleich sagen, lieber rot als tot. Wir hätten jetzt die Russen einmal durchmarschieren lassen müssen. Dadurch hätte es weniger Tote und weniger zerstörte Gebäude gegeben. Ist auch nicht so schlecht. Aber man kann wenigstens sagen, wenn man schon kämpft, dann nicht mit so einem Blödsinn wie Ehre oder so, sondern weil man sich sagt, ich will es nicht tun, aber ich bin in dieser Situation und fühle mich jetzt dazu berufen oder so. Sondern wie gesagt, dass man hier deine Ich-Stärke behält, sich selbst treu zu sein behält und sich nicht sagt, ich muss jetzt für die Nation hier kämpfen, sondern sich wirklich fragt, kämpfe ich hier für etwas, das mir wichtig ist. Dass man nicht in so eine Über-Ich-Logik hineinfällt und sagt, ich muss jetzt hier irgendwie sonst wem gerecht werden und auch nicht in so eine S-Logik, ich will jetzt hier alles plündern und für mich haben, sondern dass man bei sich selbst bleibt in allem, was man tut. Wenn man mich fragt, wärst du jetzt in der Ukraine und dir würde einer ein Maschinengewehr in die Hand drücken und sagen, du kämpfst jetzt, würdest du dann schießen, wenn dann der Russe kommt oder würdest du dann weglaufen? Ich wäre wahrscheinlich nicht stark genug, so wie Jesus Christus zu sein und im Angesicht dieser Situation nicht zu kämpfen. Aber wie gesagt, wo ich hin möchte, ist zu sagen, das ist eine sehr individuelle Entscheidung und deswegen halte ich es auch für so falsch, jemanden zu zwingen, in den Kampf zu ziehen. Das darf nicht passieren, weil das, was man dann verteidigt, die Nation und die Freiheit und sonst was, wird ja genau durch diesen Akt der Einschränkung der Freiheit unterminiert. Für was kämpfe ich denn an Freiheit und von Gerechtigkeit und an Ukraine und an die große Idee, wenn ich dazu gezwungen werde? Damit ist doch die große Idee der Freiheit der Ukraine und was weiß ich nicht alles schon unterminiert. Wer ist der größere Feind der Ukraine? Der, der von außen kommt und die Ukraine zerstört oder derjenige, der von innen kommt und mir aufzwingt, für eine Nation zu kämpfen? Also das ist, das ist die richtigere und genauere Frage, die ich immer auch mit dem Gewehr im Anschlag vielleicht in meinem Herzen behalten sollte, selbst wenn ich kämpfe. Was ich weder verurteile noch gut heiße. Weil es ist in gewisser Weise gerecht. Selbstverständlich. Menschen verteidigen sich da, ja. Aber Pflicht ist dann zum Beispiel auch wieder so ein Begriff, wo ich sagen würde, damit wäre ich vorsichtig. Auch mit solchen Ehrungen und Auszeichnungen und so. Wenn man kämpfen muss, muss man kämpfen. Das ist okay. Das sehe ich wohl ein. Also Putin, Pilatus, das römische Reich, der Tempelkult, diese religiöse Wahnhaftigkeit und so. Das alles gehört zusammen. Das ist der Antagonist von Jesus Christus. Jesus Christus ist der Antikönig. Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Mein Denken ist nicht von dieser Welt. Die Frage ist nur, können wir dem vertrauen im Angesicht der Gefahr? Ist unser Glaube stark genug, dass wir darauf vertrauen können, dass Christus in all diesen Dingen dabei ist, dass Gott all das lenkt und leitet? Werden wir nicht in dem Moment, wenn wir die zerstörten Häuser sehen und wenn alles um uns zerfällt, nicht wenigstens für eine Sekunde zu Atheisten, die sich fragen, kann es das überhaupt sein, dass es hier noch einen Gott gibt? Und wir könnten auch fragen, wäre es nicht vermessen, sich nicht selbst zuzugestehen, dass man diese Gefühle hat? Hat nicht Jesus selbst am Kreuz gezweifelt an seiner eigenen Göttlichkeit? Wie also sollten wir nicht zweifeln in dieser Zeit des Terrors und des Horrors? Deswegen es ist schwierig all das zu sehen und der Punkt ist eigentlich ist das Christentum hier sehr individuell man kann ja nicht in jede einzelne Familie in alles hineinschauen und jeden einzelnen Weg nachvollziehen warum wie was passiert ist man kann nur sagen dass die Propaganda die in den Medien entsteht egal von welcher Seite immer versucht in einer Über-Ich-Logik mich von irgendetwas zu überzeugen und es kann sehr wenig Wahres gesagt werden darüber wer schuldig und unschuldig und sonst was ist irgendwie wer den Tod verdient hat und nicht darüber wissen wir nichts es ist wie in der Geschichte von Hiob wir alle sind wie Hiob die Ukraine ist wie Hiob die sich fragt wer ist schuld und Gott sagt naja niemand ist wirklich schuld schau dir die Welt an Krebst Tod Teufel dies und das ich versuche mein Bestes um die Dinge ins Lot zu bringen deine Wege sind nicht meine Wege du weißt nicht warum dein Nachbar stirbt kennst du ihn so gut dass du alles wissen könntest also ist mein Nachbar aus gerechten Gründen gestorben könnte man jetzt fragen als Hiob nein du weißt es nicht warum weil du die Wege Gottes nicht kennst schweig darüber du weißt nichts darüber du kannst darüber nichts wissen es ist nicht eine Aufgabe in diesem Leben darüber nachzudenken es ist deine Aufgabe zu versuchen das Beste zu machen da wo du stehst und irgendwie das aus deinem Leben zu versuchen das richtig dich zu koordinieren und zu verstehen was du tun kannst kannst nicht alle Einzelheiten jedes einzelne Menschen wissen warum wie was passiert und erlaubt dir kein vorstellendes Urteil über niemanden denn so wie du urteilst wirst auch du verurteilt werden und bei allem was du tust versuch die Liebe und den Geist hoch zu halten das ist das was Jesus sagt das ist die Methode das ist das senken und das habe ich versucht vorzumachen so gut es mir eben gerade gelingt